Die Bundesjustizministerin wird nicht in Karlsruhe erscheinen, aus Respekt vor ihrem Amt und dem Gericht, wie ein Sprecher sagt. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und die FDP hatten sich bei den Koalitionsverhandlungen nicht durchsetzen können mit ihrer Ablehnung der Vorratsdatenspeicherung. Bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird stattdessen lediglich eingeschränkt auf die Daten zugegriffen. Nun bleibt sie bei ihrer Verfassungsbeschwerde gegen die Regierung, in der sie für die umstrittenen Vorschriften selbst zuständig ist. Leuthäuser gegen Schnarrenberger nannte das ein Journalist. Es werde immer einfacher, für Themen des Datenschutzes Interesse zu wecken, hatte sie noch als Oppositionspolitikerin gesagt. Wenn dann viele Bürgerinnen und Bürger sich vorstellen, dass alles, was sie mit dem Telefonieren machen, mit Handy, mit Festnetz, mit PC, Internet, wie auch immer, dass alles das nachvollziehbar ist, dann sagen immer mehr Bürgerinnen und Bürger, also das ist jetzt aber wirklich zu viel. Und tatsächlich steht die Ministerin mit der Klage gegen die Speicherung alles andere als allein. Insgesamt 56 Verfahren sind anhängig, unter anderem von FDP und grünen Politikern. Und eine Massenbeschwerde, die alle Karlsruher Rekorde sprengt. Ein breites Bündnis von Datenschutz- und Internetgruppierungen hatte zu Verfassungsbeschwerden aufgerufen. Dagegen, dass die Telefon- und Internetunternehmen ein halbes Jahr lang für den Staat speichern, wer wen wann von wo kontaktiert hat. Fast 35.000 Kritiker folgten dem Aufruf. Von einem Generalverdacht gegen die Bürger spricht der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar. Eigentlich soll doch derjenige, der sich rechtskonform verhält und keinen Anlass dafür gibt, dass er in Verdacht gerät, eine strafbare Handlung begangen zu haben, vor dem Staat insoweit sicher sein. Und genau das Gegenteil ist eben bei dieser Vorratsdatenspeicherung der Fall. Unsinn nennt den Vorwurf des Generalverdachts etwa der CDU-Rechtspolitiker und Vorsitzende des Innenausschusses Siegfried Kauder. Verdächtigt werde durch die Speicherung selbst gar niemand. Und abgerufen würden die Daten schließlich nur in eng umgrenzten Fällen zur Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr und durch die Geheimdienste mit hohen rechtsstaatlichen Hürden. Jede Information kann wichtig sein, um einen terroristischen Anschlag zu vermeiden. Es ist also schon geboten, dass wir da möglichst viele Daten speichern, aber auch den Schutz der Persönlichkeitsrechte beachten. Neben vielen anderen hatte auch der Chef des Bundeskriminalamts Jörg Zierke kürzlich bekräftigt, die Daten seien nötig, um die Strukturen krimineller Netzwerke zu erkennen. Gefahren gerade durch die Speicherung sehen Kritiker vor allem wegen des Umfangs der hinterlegten Informationen. Bei Mobiltelefonen wird auch die Funkzelle erfasst, von der und in die telefoniert wird. So lassen sich mit etwas Ermittlerglück ganze Bewegungsprofile erstellen. Und auch die Erfassung der Internetbewegung ist erheblich. Ein Telekommunikationsverbandsvertreter schätzt, dass allein diese Daten das 50-fache der herkömmlichen Telekommunikationsdaten betragen. Inhalte dagegen werden nicht gespeichert, weder im Internet noch der Inhalt von Telefonaten, E-Mails oder SMS. In mehreren vorläufigen Entscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht den Zugriff auf die Daten beschränkt. Bis zur endgültigen Entscheidung ist er nur möglich bei Verdacht auf besonders schwere Straftaten oder Gefahren für besonders hochstehende Rechtsgüter wie Leib und Leben von Menschen. Ob die Richter dagegen auch die Speicherung als solche im Ergebnis beanstanden werden, ist schon deshalb offen, weil sie auf einer europäischen Richtlinie beruht. Wie weit die Verfassungsrichter sich auf dieses Feld begeben wollen, wird eine wesentliche Frage in der heutigen Verhandlung sein. Nach der werden die Richter des Ersten Senats erst einmal beraten. Mit der Entscheidung ist in einigen Monaten zu rechnen.